werden. Das deutsche Volk hat in den letzten Jahrzehnten zu viel erleben müssen. Vom Kriege 14 angefangen. Erst dieser Krieg, dann der Sturz der ganzen Monarchien in Deutschland, die Übergang in das republikanische Staatsformat, Staatswesen. Dann kam der Nationalsozialismus, der ja auch grauenhafte Verwüstungen, auch moralische Arten in unserem Volke hervorgerufen hat. Und dann kam der letzte große Krieg, dann kam der deutsche Zusammenbruch, dann der deutsche Wiederaufbau. Wenn man einmal diese ganzen Erlebnisse sich klar macht,